Die Heimat von Meles Seckmann ist auch hier in Mannheim, doch seit 2021 ist sie überwiegend in Berlin, denn sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen für die Quadratestadt und auch Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Seckmann ist in den Stadtteilen Neckarstadt, West und auf dem Waldhof groß geworden. Volkswirtschaftslehre studiert sie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Schon früh engagiert sie sich politisch, wird 2011 Sprecherin der grünen Jugend in Mannheim. 2014 wird sie als jüngstes Mitglied in den Mannheimer Gemeinderat gewählt. Wenn sie mal abschalten will, rudert sie gerne über den Neckar oder geht mit ihrer Familie und Freunde spazieren. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt bei uns im Studio ist. Ja, wie viel Spaß macht momentan die Arbeit für eine Regierungspartei? Die Koalition gibt ja nicht immer ein souveränes Bild ab. Also wir waren sehr fleißig, wir sind in der Halbzeit angekommen. Wir haben ca. 170 Gesetze aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und sind dabei, sie auch umzusetzen. Wir leben natürlich in unsicheren Zeiten und müssen auch auf die Gegebenheiten immer auch spontan reagieren. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Nichtsdestotrotz haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorangebracht. Ich engagiere mich dafür, dass Selbstständige und Gründerinnen und Gründer gute Rahmenbedingungen und gute Finanzierungsmöglichkeiten bekommen. Wir hätten an der einen oder anderen Stelle die Menschen mehr mitnehmen müssen. Also das, was Winfried Kretschmann, unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, sehr gut hingekriegt hat, müssen wir stärker auch in Berlin umsetzen. Das heißt, Berlin braucht mehr Baden-Württemberg. Sie sind fleißig. Das bestätigt auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die Ihnen eine ordentliche Halbzeitbilanz bescheinigt. Fast zwei Drittel der Projekte sind umgesetzt oder angeschoben worden. Doch trotzdem, die Koalition wirkt zerstritten. Es gibt Tiefstwerte in den Umfragen. Warum schaffen Sie es denn nicht, ein besseres Bild in der Öffentlichkeit zu erlangen? Zunächst einmal ist das eine Umfrage, es ist eine Momentaufnahme. Die nehmen wir sehr ernst und arbeiten daran. Und es gehört zur Demokratie, dass wir uns streiten, dass wir uns angemessen streiten. Wir sind drei Parteien und wir haben drei Positionen. Und es ist wichtig, dass wir diesen offenen Diskurs auch führen. Und zwar über die wichtigen Themen, über die dringlichen Themen, angefangen vom Strukturwandel bis hin zum Klima, zur Klimakrise und auch den anderen geopolitischen Entwicklungen. Und dazu gehört es auch mal, dass wir über Position hart ringen. Die Frage ist, ob das immer in der Intensität sein muss und ob wir nicht mal mehr zuhören vor Ort. Und das habe ich auch zum Anlass genommen und habe gestern mit über 170 Gästen eine Halbzeitbilanz gezogen, gemeinsam mit Peter Frey und Andrea Römmel. Streit ist wichtig und die Debatte ist auch essentiell für eine Demokratie. Aber zu viel Streit ist auch wiederum nicht gut. Erst recht nicht in einer Koalition. Jetzt gibt es schon erste Berichte und Gerüchte, dass der Bundeskanzler vielleicht Gefallen daran findet, mit der großen Koalition wieder sich anzunähern, mit Friedrich Merz und der Union zu koalieren. Wie debattieren Sie darüber in Ihrer Partei? Also Friedrich Merz hat sich in den letzten Monaten und Wochen mit seinen Äußerungen ziemlich disqualifiziert. Ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen aus der Union, die sind da deutlich vernünftiger unterwegs. Und unsere Probleme und unsere Herausforderungen sind sehr komplex und dafür brauchen wir gute Lösungen. Das können keine einfachen Lösungen sein, das können auch keine einfachen Parolen, plumpen Parolen sein. Dafür brauchen wir differenzierte Ansätze. Und das haben wir in der Ampelregierung. Die sind festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Wir sind erst mal in der Halbzeit und wir haben noch einiges auf der Agenda. Und das werden wir jetzt nach und nach gemeinsam mit den Menschen vor Ort umsetzen. Ein Thema in dieser Woche, an dem wir jetzt auch nicht vorbeikommen, ist die Parteigründung von Sarah Wagenknecht. Aus dem Stand käme sie auf Umfragewerte wie die Grünen momentan. Wie gefährlich kann sie Ihnen werden? Frau Wagenknecht bedient sehr schwierige Parolen aus dem rechtsextremistischen Lager und auch aus dem linksextremistischen Lager. Das ist gefährlich für unsere Gesellschaft. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie schon gesagt, die Herausforderungen sind komplex. Sie haben aber auch Chancen und auch Risiken. Und darauf kann man nicht mit einfachen Parolen reagieren. Ich bin jetzt seit zwei Jahren im Bundestag für Mannheim und ich habe Frau Wagenknecht erst mal drei oder vier Mal im Bundestag gesehen. Und wer ein Land gestalten möchte, sollte erst mal die Ausübung seines Bundestagsmandats ernst nehmen. Und dann können wir mal schauen, ob man da eine Partei gründet oder ob man sich nicht ins parlamentarische Verfahren konstruktiv einbringt und nicht durch Anwesenheit, Abwesenheit prallt. Sie bleiben aber auf jeden Fall bei uns anwesend. Wir sehen uns gleich nochmal, sprechen dann über die Arbeit auch im Wahlkreis. Vielen Dank fürs Erste, Frau Seckmann. Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete der Grünen, Meli Seckmann, ist weiter bei uns. Wie sieht Ihr Alltag, Ihr Arbeitstag als Bundestagsabgeordnete aus? Der ist sehr abwechslungsreich. Ich habe ja ein Leben zwischen zwei Städten. Ich bin Herzblutmannheimerin. Mein Lebensmittelpunkt ist Mannheim. Wir haben Wahlkreiswochen. Da bin ich sehr viel hier vor Ort unterwegs. Ich war jetzt am Samstag in der jüdischen Gemeinde. Ich hatte gestern meine Veranstaltung zur Halbzeitbilanz, komme gerade von der Besichtigung der größten Flusswärmepumpe in Europa, die hier bei uns am GKM ist. Und dann haben wir Sitzungswochen. Die sind natürlich sehr anstrengend, weil ich auch Obfrau bin und mit in den Verhandlungen beteiligt bin. Und diese Abläufe sind teilweise sehr stressig. Wir haben sehr viele Abstimmungen und müssen natürlich auch schauen, dass wir uns in der Fraktion gut koordinieren und den Ablauf und den Zeitablauf auch gut einhalten können. Sie haben viele Termine. Sie treten auch oft mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Mit welchen Sorgen, Ängsten, Nöten treten die an Sie heran? Sie haben es ja vorhin schon erwähnt. Also wir haben gerade sehr schnelle Entwicklungen. Unsere Welt verändert sich. Unsere Stadt ist in der Transformation mittendrin. Das verunsichert sehr viele Menschen. Sie fragen sich, kriege ich noch einen Job? Was passiert mit meinem Job? Mit was werde ich in Zukunft heizen? Kann ich das überhaupt noch bezahlen? Und es ist einfach wichtig, dass ich auch vor Ort bin und Frage-Antwort stehe. Das nehme ich sehr ernst. Und wenn Sie die Antworten erhalten, wie können Sie die konkreten Interessen dann in Berlin umsetzen? Wir haben zum einen Fraktionssitzungen. Wir haben auch den kurzen Draht ins Ministerium. Wir können ja als Parlamentarier auch Anträge stellen und auch in Gesetzesverfahren uns einbringen und Änderungen einbringen. Und genauso mache ich das auch. Ich brauche meine Leute vor Ort, dass sie mir konkrete Punkte liefern aus der Praxis, die ich dann für sie in Berlin einbringe. Und so verstehe ich auch meine Rolle als Sprachrohr meiner Stadt. Welche konkreten Punkten konnten Sie schon für den Wahlkreis in den zwei Jahren umsetzen? Wir haben ja das große Thema Wärmewende. 60 Prozent der Mannheimer Haushalte sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Das heißt, Wärme sollte in unserer Region weiterhin bezahlbar und auch umweltfreundlich sein, weil dort der meiste CO2-Ausstoß entsteht. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir eine innovative Flusswärmepumpe bekommen, die die größte in Europa ist. Damit sparen wir nicht nur CO2, sondern versorgen damit über 3.500 Haushalte. Das ist ein Projekt, das vom Ministerium gefördert wird. Das ist eins von fünf bundesweit. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir die Förderung in Mannheim bekommen haben. Wir haben das Technoseum, wir haben die Entsiegelung des Swansea-Platzes. Genau für diese Punkte habe ich mich eingesetzt und natürlich auch dafür, dass die Gründerinnen in unserer Stadt gute Fördermittel bekommen und in die Selbstständigkeit gehen können. Ich danke Ihnen sehr, Frau Segment, für Ihren Besuch und das Gespräch hier heute. Vielen Dank. Danke Ihnen.